Nee, der Meist ist... Immer noch ne Fabi. Wunderbar, du gehst ein bisschen. Nur sich eigentlich gesagt zugeben... Ich hätte echt gedacht... ...der war heute Fabi. Grün! Muss ich eigentlich zugeben? Ich hätte gedacht, er sollte schon wachen. Chicken! 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 Und da kann man natürlich jetzt... Und jetzt muss man ja zusammen. Das ist jetzt das Letzte zu sehen. Mehr kann man ja achtmal haben. Das heißt, Meist ist morgens praktisch. Es ist... 16 Tage! Das heißt... 13 brauchst du aus uns! 12... 12 oder 13 Tage brauchst du aus uns... Hey, servus Gott! Soviel Zeit muß... sein! Bitteschön! Dankeschön! Ich danke dir, dass du mein Haus ausgebaut hast! Wenn's auch nicht ehrlich gewesen wäre! Also von daher... 4 Hühner, also 1 Großes und 2 Küken... machen wir dann! Naja, passt schon! So! So, Dienstag! Ja, scheiße, haben Sie ja geschlossen! Ja, danke! Ach, Gott Gott, Alter! Ich feier! Und wieder, Alter! Und, äh, Telefon ist nur Samstag, also Shopping-Kanal ist nur Samstag, glaube ich, gewesen. Ja, nur Samstag, genau. Und zwar so. Ist nur Samstag! Und da kann man bestellen, Mixer, Backofen, Messer, Gewürfe... Ich glaub, Teppich gab's... Und alles, was Haushalt, Tisch... Und so weiter. Ja, und das ist toll, die Butter! Auch nicht, einfach so! Aber... So, dann will ich aber! 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 Scheiße! Will ich auch mal was gucken, ob das... Scheiße! Ob der Schrank hat sich ja bewusen, oder nicht! Aber ich will trotzdem mal was probieren! haben mit erscheinen waren das event was steht ich bin ja nicht mehr es gab auf alle fälle noch nie die wende die wende das scheiße von korte abgabe 4600 das ist immer ganz gut eigentlich dabei Oh, ich hab nur vier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Huwaa! So... ... ... ... ... So... Jippie, freu mich. So, dann müsst ihr ja theoretisch morgen das soweit sein. Oh, die müssen doch bald mal so weit sein. Sunshine! Immer! Doch, bitte! Schnell, 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 schnell! Nein! Oh! Weil... Erträge, jetzt müssen wir sehr, sehr... Genau, die haben uns eigentlich nicht rein, die verkürfen den Scheid. Schnell, 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 schnell! Schnell, komm schon! Schnell, komm schon! Schnell, 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 schnell! Schnell, 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 schnell! Äh, äh, äh... Ehh... Jetzt, na! Oh! Jetzt du weg, du blöder Witzler. So, kös. Was? 540! Das Land! Das Lange! Das Land! Das Land! Das Land! Ist ja schon eine Weile! Ich muss sagen! Ich muss an die Weile sagen! Das Land! Das Land! Ja, ich muss eh mal 18 Stück abgeben, und wir haben's. Wir haben's, dann haben wir's, dann haben wir's. Jo, dann sind wir eigentlich soweit vor sich. Denn dann packen wir's eigentlich. Dann haben wir ja Maximum, und dann können wir das alles bloß noch verkaufen. Geht das eigentlich? Ganz gut dann, von der Hand. Ja, jetzt der Event. Ja, ja, oh, hallo. Ja, genau. Ja, genau. Okay. Das war's für heute. Oh, drei Polykisten! Ah, uff! Nyaaa! Hey! Oh, warte einen Moment! Hm, dies ist ein angeschenderes Mal! Ja, und da haben wir jetzt eine Flasche bekommen! Eine Flasche Karrenwein! Steht auch wirklich so drauf! Der Zeuge! Karrenswein von Karren Nahe hat nur ein Etikett mit ihrem Namen! Das ist richtig genial gemacht eigentlich! Nein! Scheiße! Ach, dammit! Ah! Wenn wir schon mal da sind! Können wir das Urteil noch mitmachen? Ja, guter! Mach das schon! So, also da haben wir also jetzt auch das nächste Up-Event! Abgeschlossen! Das ist also nicht... Das war dann doch so, dass man muss den Zuckermarkt gehen! Aber es geht nur halt nur, wenn man... Äh, das Haus ausgebaut hat, glaube ich! Und ja, was will man mehr? Wo? Das ist so... Äh, Geithen?